leute wundert euch nicht wo ich jetzt bin was da gerade kommt das ist kein schienenfahrzeug sondern ein bus mitten auf der autobahn stadtautobahn essen und da kommt auch schon der nächste das muss man erst mal schaffen immer so schön eng in der spur zu bleiben habt ihr das gesehen wie eng die sind also das ist nicht jedermanns sache leute